Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kommt der Schuss oder doch noch ein Pass für den Torhüter, sind so 2 gegen 1 Situation natürlich undankbar Absolut, Wolf, denn egal wie er sich entscheidet, normalerweise ändert das nichts am Gegentreffer, so wie hier Da kann er ihn stoppen Sieht gefährlich aus Ja, könnte was werden Glanzparade gehalten Ecke in die Mitte Ein unfassbares Tor Also das darf nicht passieren, sie geben die Führung gleich wieder her Dieser Treffer ist auf jeden Fall nochmal eine Wiederholung wert Wichtig vor allem die Vorbereitung dieses Treffers, eine richtig gute Ecke Oh, das könnte was werden Das muss es sein Und da klingelt es im Kasten Da da überhaupt keine Probleme beim Abschuss aus kurzer Distanz Das ist doch mal eine Antwort Sie treffen mit dem nächsten Angriff selbst Was für eine Moral Respekt Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel Jetzt ist es gefährlich Gefährlich Super dieses Zuspiel Und der Treff Gerade erst gehen sie in Führung und dann das Ja, da hat die Konzentration geführt Die Truppe hat Charakter Sie schlagen direkt zurück Und so musst du ein Gegentor erstmal wegstecken Den Ausgleich haben sie sich wirklich verdient Das ist ein richtig gutes und ausgeglichenes Spiel Das sieht durchaus vielversprechend aus Er probiert es einfach mal Der Torwart passt auf Ganz locker macht er das hier Jetzt der Ballverlust Super mitgespielt Da kommt er ganz schnell raus Ganz stark So kann er hier den Treffer verhindern Super dazwischen gegangen Er hält diesen Ball sensationell Die Ecke kommt Der Torwart geht da gar kein Risiko ein Faustet den Ball weg Jetzt können sie vielleicht kontern Er setzt sich durch Und jetzt könnte es was werden Die Riesenchance Postenschuss Ballverlust Könnte die Führung werden Sicher vom Torwart Gut gemacht Er pfeift ihn zurück Abseits Ja könnte was werden Spielt er den Ball in den Strafraum Das könnte die Führung geben Der Führungstreffer in dieser Partie Riesenjubel Das gibt erstmal Sicherheit Das gibt Selbstvertrauen Boah, da hat er gezeigt Was Wille ausmachen kann Dieser Zug-Zug-Tor Sehr sehr druckvoll Ein schöner Solo-Lauf Gekrönt Von einem sehenswerten Treffer Boah Sieht gefährlich aus Klasse Einsatz Faires Tech-Wägen Kann er was draus machen Gute Aktion Er pariert Aber der Ball bleibt im Spiel Macht er gut Super gemacht Mit einem Hechtsprung Kommt er an den Ball Das war gefährlich Er ist zur Stelle Ein Klasse-Keeper Ecke kommt in die Mitte Der Ball hat sich geändert Alle Treffer zählen nun Also gleich doppelt Fängt diesen Ball ab Und da verlieren sie den Ball Er gibt abseits Schade Das wäre eine gute Chance gewesen Oha Gefährlich Der Ausgleich Jetzt wird es hier spannend Das ist natürlich klasse Für die Zuschauer daheim Das ist eine richtig interessante Partie Und das war eine richtig starke Direktabnahme Und auch das Zuspiel vorher Klasse Ein Riesentor Es ist ein enges Spiel Und das drückt jetzt auch Der aktuelle Spielstand aus Klasse Aktion Ball ist weg Er sieht das Foul Zeigt aber Vorteil an Genau richtig so Das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen Oha Ohne Tchint bisher Dazu passend auch die Ballbesitzquote Es ist alles auf Augenhöhe Und ich bin gespannt Ah da wäre jetzt Platz Er steht im Abseits Gut gesehen Ist doch klar Dass er da noch gelb zeigt Das Einsteigen vorhin war zu hart Er hat erst noch den Vorteil abgewartet Genauso musst du das machen Was macht er draus Klasse Pass Ballgewinn Gefährliche Position Da passt er auf Und kann klären Na jetzt müssen sie aufpassen Jetzt ist es gefährlich Ja könnte was werden Jetzt kommt der Schuss Den hat er super gehalten Der Modus gibt es vor Jetzt zählen Treffer Also doppelt Erster Vorteil Aber der ist dann keiner mehr Und jetzt gibt es hier Doch noch die Verwarnung Alles genau richtig gemacht Klasse Aktion vom Schiri Vielleicht der schnelle Konter jetzt Immer noch diese Aktion jetzt Die Abwehr muss weiter Wasser abseiten Tolles Zuspiel Sieht gefährlich aus Schosse lebt noch In den freien Raum Gute Aktion Jetzt vielleicht Der geht nicht ein Jetzt vielleicht Da haben sie den Ball Gut gemacht Der Schuss Ganz stark abgebrockt Jetzt der Ballverlust Jetzt vielleicht die Flanke Die Hereingabe kommt An den langen Pfosten Ja klasse Ball erstmal weg Gleich sechs Tore gab es hier Mit dem Unentschieden Gehen wir wieder rein in diese Partie Es geht los mit dem zweiten Durchgang Da muss er flanken Gute Flanke Das ist noch gefährlich Macht er gut Schwache Aktion Ballverlust Jetzt ist Platz für den Konter Können sie was draus machen Vielleicht die Führung jetzt Ja aus so einer Konterchance Müssen sie einfach mehr machen Da verlieren sie den Ballbesitz Sehr gute Passquote hat er heute Auch der Ball kommt an Auch dieser Ball kommt an Das macht er gut heute Schwaches Zuspiel Kein Wunder Dass da nichts ankommt Jetzt ist gefährlich Und jetzt rein mit der Flanke Die Chance zur Führung Oh da können sie sich bei ihm bedanken Was für ein Hechtstrom Da zeigt er sein ganzes Können Oh das war gefährlich Keine Frage Da ist der Ball weg Klasse Pass Sie können nicht klären Sind weiterhin Bedrängnis Klasse geklärt Sehr effektiv Dieses frühe Pressing Da hobert er vorne den Ball Super Pass Das war knapp Halbe Stunde noch Dann ist das Spiel vorbei Kann er was draus machen Klasse Zuspiel Ja könnte was werden Drin ist der Ball Und da zählt der Treffer doppelt Spannende Regeln Spannender Modus Wolf So ist es War natürlich ein wichtiges Tor Super Tor Können wir nicht anders sagen Kurze Distanz Aber da musst du erst mal Die Nerven behalten Und genau das tut er Hereingabe jetzt Mit viel Auge holen sie sich da den Ball Klasse Was macht er draus Nein Wer soll diesen Pass kriegen Weg ist der Ball Ball wieder zurück Das macht er gut Der Torhüter macht diese klasse Torgelegenheit zunichte Unheimlich ruhig Unheimlich konzentriert Stark gemacht Und so kennen wir ihn Ja ja Ohne große Mühe Den Ball abgefangen Gefährlich Und die Flanke Erstmal keine Gefahr Vorne jetzt die Balleroberung Jetzt vielleicht Wichtig Den Ball hat er sicher Aus diesem Einwurf Könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln Wir sehen es Nun zählen Alle Tore also dreifach Und jetzt die Chance Super gehalten Aus dieser Entfernung Toller Reflex Perfekt antizipiert Wo der Ball hingeht Ecke kommt ins Zentrum Der Torwart geht da Gar kein Risiko ein Faustet den Ball weg Und da ist der Ball wieder weg Jetzt ist es gefährlich Freistoß Und wenn er Pech hat Fliegt er jetzt vom Platz Einen besseren Zeitpunkt Hätten sie sich nicht aussuchen können Das Tor zählt dreifach In diesem Modus Da hat der Ball Seine ganz eigenen Regeln Oha Gute Ballannahme Obwohl sie da natürlich An ihm dran sind Gute Aktion Sieht gefährlich aus Da passt er auf Und kann klären Klasse Pass Er wirft sich in den Schuss Das war wichtig Der Blick auf die Uhr Neun Minuten bis zum Ende Ganz stark gemacht Das gibt eine gute Gelegenheit Der muss da drin sein Unheimlich wichtig Dass er da dazwischen geht Schöne Aktion Ganz gefährlich Weiter gefährlich Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest Eine ganz enge Kiste Unaufhaltsam Jetzt kann er die Flanke bringen Gute Möglichkeit Ah jetzt wieder Tor Und das zählt gleich dreifach Richtig Wir sehen es ja Es ist ein unheimlich wichtiger Treffer Zum richtigen Zeitpunkt Das ist bezeichnend für dieses Spiel Sie liegen schon deutlich vorne Aber lassen nicht locker Viel Gegenwehr kommt da jetzt natürlich auch nicht mehr Und so können sie den Fans noch ein paar Highlights liefern Kann er was draus machen So kann er da nicht hingehen Ist absolut gelbwürdig Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte Ja und das geht wohl auch in Ordnung so Große Entfernung bei diesem Freistoß Und wir schauen mal genau hin Ob er es direkt versucht So, Konterchance Vielleicht jetzt Können sie was Das könnte die Gelegenheit geben Weite Flanke Nicht ungefährlich Der Ball ist drin Und das sind also drei Tore auf einmal Haben sie natürlich klasse gemacht Sie wussten Jetzt muss der Treffer her Die Flanke ist schon ein Highlight Aber dann der Abschluss Ein wunderbares Tor Das sieht man nicht allzu häufig Tor des Monats Ja, setzt sich schön durch Schussversuch Oh, wie hat er den denn noch gehalten Riesenszene Das war eine richtig gute Möglichkeit Der Schiedsrichter pfeift ab Das war's Das war's